So, ganz herzlich willkommen zu einem Video. Ich habe wieder ein Abonnenten-Special vorbereitet. Ein paar Worte zur aktuellen Situation, was ich so vorhabe und so weiter. 13.000 haben wir jetzt erreicht, 13.000 Abonnenten, knapp 4 Millionen Zugriffe auf meine Videos. Freue ich mich sehr, wie das vorwärts geht und eigentlich jeden Monat wieder eine neue Tranche von Interessierten dazukommt. Wenn ich so die Videos anschaue, die viel betrachtet werden, dann sind das oft auch diese Kurzvideos, die 12-Minuten-Videos, habe ich gesagt, zu bestimmten Themen, zum Beispiel Vektorrechnung oder so, die werden offenbar ziemlich nachgefragt und ich finde es auch ganz praktisch, wenn man zum Beispiel bevor ein Thema drankommt in der Schule oder in der Vorlesung, dass man sich kurz dieses Video mal anschaut und sich einfach orientiert, um was es überhaupt geht. Ich werde jetzt wieder zwei davon machen, eines über Funktionen, eines über Obleitungen, eines vielleicht noch über Integrale, sodass Sie auch da dann in ganz kompakter Form die wichtigsten Infos dann beisammen haben. Die Zuschauerfragen werden auch viel benutzt. Ich finde das schön, dass Sie bei den Videos mitdenken und dann manchmal Folgefragen stellen. Da gibt es ein paar, die das sehr regelmäßig machen und auch gute Fragen stellen. Ich kann nicht immer alle beantworten. Manchmal passt es nicht oder manchmal habe ich die Antworten schon in früheren Videos gegeben. Sie können ja unter fiss.ch immer auch schauen, wo so die Fragen eventuell sein könnten, die ich beantwortet habe. Manchmal in den Originalvideos, manchmal in den Zuschauerfragen. Aber wenn es passt, wenn ich Zeit habe, mache ich diese Beantwortung gern. Und ja, das freut mich sehr, wenn Sie da mitmachen. Ich habe ja auch eine kleine Liste von Algebra-Videos vorbereitet. Das war im Zusammenhang mit meinen Prüfungskorrekturen, die ich jetzt machen musste diese Woche, mir ein Bedürfnis, dass ich nochmals auf Algebra-Regeln zurückkomme, die eigentlich meiner Meinung nach besser sitzen sollten, als ich das erlebt habe bei den Studierenden. Nicht wahr, wenn Sie jetzt Physik lernen und vielleicht dann in Prüfungen versuchen, gute Noten zu machen, ist es schade, wenn Sie da mit diesen handwerklichen Sachen Mühe haben. Algebra, Umformung von Brüchen, Auflösen von Gleichungen, Arbeiten mit Einheiten, das kommt so überall. Vor, wenn man irgendwie im naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich weiterkommen will, dass es lohnt sich einfach, diese Regeln gut zu können. Und ich möchte Sie jetzt ermuntern, da einfach so viel zu üben, wie es irgendwie geht. Und da habe ich einfach zwei, drei Videos in Planung. Zwei habe ich schon hochgeladen über Algebra. Es wurde ja auch ein Film gemacht über die Art, wie ich diese Videos erstelle. Langsam wird das auch bekannt in unserer Schule. Im 12.000 Abonnenten-Special habe ich den Film auch schon erwähnt und dort einen Link dazu gemacht. Jetzt wurde auch in der Schule bei uns, in der Fachhochschule Nordwestschweiz, wurde jetzt ein Newsletter vorbereitet, wo ich dann bald offenbar als Video dann erscheine auch, wo man so richtig das The Making of dieser kurzen Videos sieht. Ja, ich mache jetzt einfach weiter und schaue immer, was so das Bedürfnis ist. Ich sehe es ja an den Statistiken, was Sie interessiert. Machen Sie auch weiter mit Fragen und freue mich sehr, wenn Sie am Ball bleiben. Es gibt auch Leute, die immer wieder mal meine Skripte erwähnen, dass Sie mit den Skripten zusammen auch Prüfungsleistungen verbessern konnten. Die Skripte sind ja, können Sie bei mir bestellen. Sie sind fast, also kleiner Unkostenbeitrag verlange ich. Da haben Sie einfach noch mehr, auch Theorie, Schrift in schriftlicher Form, auch Übungen, die ich auch vorgelöst habe, Formelsammlungen und so weiter. Wenn Sie also vielleicht mit Ihrem aktuellen Skript, das Sie möglicherweise haben, oder Ihrem Buch nicht zufrieden sind, wäre das eine Möglichkeit, eine Second Opinion quasi zu den Gebieten auch noch zu erhalten. Gut, dann bedanke ich mich nochmals für Ihre Treue und hoffe, Sie bald in Kommentaren oder in anderen Interaktionen dann wieder zu treffen. Bis bald.